Henry Fuchs ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er spielte sowohl im DFV-Bereich wie im DFB-Spielbetrieb Erstliga-Fußball. Mit dem FC Hansa Rostock gewann er 1991 die Meisterschaft und den Pokal. Beim DFV wie beim DFB war er Nachwuchs-Nationalspieler. Laufbahn als Fußballspieler Mit sieben Jahren begann Fuchs seine Laufbahn als Fußballspieler bei der Betriebssportgemeinschaft des Kernkraftwerkes Nord in Lubmin. Die in Greifswald ansässig war und sich BSG-Kernkraftwerk Greifswald nannte. 1982 wurde er zum nördlichen Fußballzentrum der DDR, dem FC Hansa Rostock, delegiert. In der Saison 1987-88 spielte er als Stürmer für den FC Hansa in der Junioren-Oberliga. 1988-89 gehörte er zur Zwei-Mannschaften der Hanseaten, die in der drittklassigen Bezirksliga Rostock spielte. Seinen Einstand in der Oberliga gab er am 19. November 1988, als er in der Begegnung des 12. Spieltages Sachsenring-CKFC Hansa in der Schlussviertelstunde eingewechselt wurde. Für die Saison 1989-90 still wurde er offiziell in die Oberligamannschaft aufgenommen. Bestritt in der Regel als linker Stürmer alle 26 Punktspiele und erzielte erneut drei Tore. Seine letzte Spielzeit bei Hansa Rostock absolvierte der 1,80 Meter große Fuchs 1990-91 mit 24 Punktspieleinsätzen und zwölf Toren, mit denen er Torschützenkönig der Rostocker wurde und damit wesentlichen Anteil am Rostocker Gewinn des Meistertitels hatte. Am 2. Juni 1991 bestritt Fuchs sein vorerst letztes Pflichtspiel für Hansa Rostock. Er stand mit seiner Mannschaft als linker Stürmer im letzten Endspiel um den DDR-Fußballpokal. Dass der FC Hansa mit 1 zu 0 über den Eisenhüttenstädter FC Stahl gewann. Damit hatte Fuchs innerhalb von drei Spielzeiten für die 1. Mannschaft des FC Hansa 71 Pflichtspiele bestritten, in denen er 22 Tore erzielte, darunter waren 60 DDR-Oberligaspiele mit 18 Toren. In den Spielzeiten 1991-92 bis zur Hinrunde 1993-94 spielte Fuchs nach einer Ablöse von 2,5 Millionen DM für den Bundesligisten 1. FC Köln In seiner ersten Kölner Saison bestritt er von insgesamt 38 Punktspielen 34 Partien, in denen er 24 Mal in der Startelf stand. Mit seinen 10 Treffern gehörte er zu den torgefährlichsten Spielern der Kölner. In der 34 Spiele währenden Saison 1992-93 kam Fuchs in 1 und 20 Begegnungen zum Einsatz, 13 Mal von Beginn an aber nur 8 Mal für die volle Spieldauer. Mit seinen sechs Meisterschaftsstoren war er aber zweitbester Kölner Torschütze. Nach weiteren sieben Kurzzeiteinsätzen von August bis Dezember 1993 ohne Torerfolg wechselte Fuchs zum Liga-Konkurrenten 1. FC Dynamo Dresden Dort bestritt er bis zum Saisonende noch 12 Punktspiele, in denen er zwei Tore erzielte. 1994-95 stand er in 16 Bundesligaspielen in der Dresdner Startformation, wurde fünfmal eingewechselt und erzielte vier Tore, mit denen er Dynamos drittbester Schütze wurde. Nachdem der 1. FC Dynamo am Saisonende als Absteiger feststand, verließ Fuchs den Verein. In den folgenden drei Spielzeiten war Fuchs in der 2. Bundesliga aktiv. 1995-96 spielte er für den Chemnitzer FC, wo er von 34 Punktspielen 18 Begegnungen bestritt und vier Tore schoss. Danach schloss er sich für zwei Jahre dem VfB Leipzig an. In den 68-Punkt-Spielen der beiden Spielzeiten wurde Fuchs 58-mal eingesetzt und gehörte mit 13 Meisterschaftsstoren wieder zu den treffsichersten Akteuren seiner Mannschaft. Im Sommer 1998 kehrte Fuchs in die 1. Bundesliga zum FC Hansa Rostock zurück. Während er in der Saison 1998-99 nur viermal von Beginn anspielte und mit 17 Einwechslungen auf insgesamt 21-Punkt-Spieleinsätze kam, wurde er 1999-2000 überhaupt nicht eingesetzt und hatte 2001 nur zwei Kurzauftritte zum Saisonende. Damit war Fuchs' Bundesliga-Karriere beendet. Vom Sommer 2001 bis Dezember 2003 spielte er für den FC Rot-Weiß-Erfurt in der drittklassigen Regionalliga und bestritt in dieser Zeit 55 Punktspiele. Mit zehn Tore erfolgen. Nach einer vertragslosen Pause trat er in der ersten Jahreshälfte 2005 für die TSG Neustrelitz in der viertklassigen Oberliga Nordost an. 1987 wurde Fuchs in den Kader der Nachwuchsnationalmannschaft der DDR aufgenommen. Er begann in der U-17-Auswahl und wurde mit der U-18-Mannschaft 1988 Europameisterschaft Dritter. Im kleinen Finale gegen Spanien schoss er beide Tore zum 2-0-Sieg. Ein Jahr später war er mit den U-20-Junioren-Teilnehmer an der Junioren-Fußball-Weltmeisterschaft 1989 in Saudi-Arabien und bestritt alle drei Vorrundenspiele, bis die DDR aus dem Turnier ausschied. Insgesamt bestritt Fuchs für den DDR-Nachwuchs 19 Länderspiele und schoss sechs Tore. 1989 wurde er in die Fußball-Olympia-Auswahl der DDR berufen, mit der er mehrere Testspiele bestritt. Noch vor Beginn der Qualifikationsspiele für Olympia 1992 wurde die Mannschaft im Zuge der Deutschen Wiedervereinigung zurückgezogen. 1991 gehörte Fuchs zum Kader der DFBU-21-Nationalmannschaft, mit der er vier Länderspiele bestritt und ein Tor erzielte. Statistik DDR-Oberliga 60 Spiele, 18 Tore Erste Bundesliga 118 Spiele, 23 Tore Zweite Bundesliga 76 Spiele, 17 Tore Regionalliga Süd 55 Spiele, 10 Tore DFB-Pokal 3 Spiele, 1 Tor für den 1 FC Köln 3 Spiele für Rot-Weiß-Erfurt, 1 Spiel für Hansa Rostock FDGB-Pokal Neun Spiele, 4 Tore für Hansa Rostock UEFA-Pokal Zwei Spiele für Hansa Rostock, 1 Spiel für den 1 FC Köln UEFA-Inter-Toto-Cup Zwei Spiele für Hansa Rostock Laufbahn als Fußballtrainer 2007 übernahm Fuchs im Rahmen eines Trainerpraktikums zum Erwerb der A-Trainer-Lizenz das Training der Juniorenmannschaft beim FC Rot-Weiß-Erfurt. Am 28. April 2009 wurde er vom Co-Trainer Interimsweise zum Cheftrainer des FC Rot-Weiß-Erfurt befördert, mit dem er den Thüringen-Pokal gewinnen konnte. Anschließend kehrte er auf den Co-Trainer-Posten zurück. Nach der Entlassung von Stefan Emmerling am 25. August 2012 wurde er interimsweise zum Cheftrainer des FC Rot-Weiß-Erfurt ernannt. Am 1. Januar 2015 übernahm Fuchs das Traineramt beim Regionalligisten VfB Germania Halberstadt. Nach nur einem Sieg aus den ersten zehn Spielen der Saison 2015-16 wurde er beurlaubt.